Da würde ich eher sagen 4, dass sich ein Großteil der Bevölkerung in unserer Stadt nicht sicher fühlt. Das hat aber ganz unterschiedliche Gründe. Die Leute haben aus Sorge, weil sich sehr, sehr viel verändert in den letzten Jahren. Bei den einen ist es die soziale Unsicherheit, die aus der Erfahrung mit den Menschen, die ich zu tun habe, ganz, ganz stark da ist. Es gibt viele Menschen, die arbeiten sehr schwer. Der Druck auf den Arbeitsplatz ist groß. Und wenn man unterm Strich anschaut, was die Menschen dort verdienen und dem gegenüber das Leben immer teurer wird, haben sehr, sehr viele Sorge ab der Zukunft. Und dadurch entspricht auch diese Unsicherheit, wie es weitergehen wird. Also das ist der überwiegende Teil, was ich wahrnehme. Und das ist bei älteren Menschen genauso wie bei ganz vielen Jungen oder Damen und Herren, die im Berufsleben stehen. Der Anteil, den sie unsicher fühlen, weil sehr viele Fremde in unserer Stadt sind, ist auch da. Aber der hängt eigentlich immer mit dieser sozialen Unsicherheit zusammen.